Das eigentliche Thema, worüber ich reden will, ist nämlich das Thema Ramadan. Und wer dieses Thema richtig verstanden hat und einmal richtig praktiziert hat und weiß, warum er fastet, warum Allah subhanahu wa ta'ala diesen Monat gesegnet hat und er praktiziert das so, wie es zu praktizieren ist, dann wird es das Leben eines Menschen verändern. Inshallah. Ich hoffe, dass ich mir, wie gesagt, Allah die Möglichkeit gibt, diese Worte richtig rüberzubringen. Alhamdulillah. Alhamdulillah erstmal, dass wir es, Inshallah, möge Allah uns erstmal die Möglichkeit geben, den nächsten Ramadan zu erreichen. Denn die Gefährten des Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, Ridwanullahi aleyhim, möge Allahs Wohlgefallen mit ihnen sein, die haben immer nach einem Ramadan ein halbes Jahr Dua gemacht, Bittgebet gemacht, dass Allah ihren Ramadan akzeptiert. Und danach haben sie, wenn das halbe Jahr vorbei war, ein halbes Jahr Dua gemacht, dass sie den nächsten Ramadan erreichen. Deswegen möge uns Allah diesen Ramadan erreichen lassen. Das ist die beste Möglichkeit, sich das Paradies, Inshallah, zu sichern. Als allererstes müssen wir uns in Erinnerung rufen, das sollten wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, worum es in diesem Leben geht. Denn das ist vielleicht unser größtes Problem. Aisha, radiallahu anna, hat gesagt, wäre das erste, was vom Koran herabgesandt wurde, gewesen, du sollst keinen Sina machen, die Leute hätten weiter Sina gemacht. Und wäre das erste, was vom Koran herabgesandt wurde, gewesen, ihr sollt keinen Alkohol trinken, die hätten weiter Alkohol getrunken. Aber was war das erste, was vom Koran herabgesandt wurde? Dass die Ermahnung vom Tod und von der Auferstehung, was wird passieren, was wird geschehen, wo wirst du hingehen? Subhanallah. Was siehst du im Koran? Allah sagt, Ich habe die Menschen, die Jinn nur erschaffen, damit sie mir dienen. Was ist das Ergebnis davon? Was wird passieren, was ist, wenn du Allah dienst? Wenn du Allah dienst, achi, du bist auf der richtigen Seite. Alhamdulillah. Möge Allah uns zu den aufrichtigen Dienern von ihnen machen. Amin. Aber es wird ein Tag kommen, Brüder, Schwestern, alle, die hier sitzen, es wird ein Tag kommen, mit ganz großer Gewissheit, wo jeder, der hier sitzt, sterben wird. Jede Seele wird den Tod schmecken. Jetzt frage ich dich, wo wirst du an diesem Tag sein? Wo wirst du an diesem Tag sein, wenn dich der Engel abruft? Und wenn die Trugenheit des Todes kommt, dies ist, wovor du dich immer hüten wolltest. Was, was, wo, die Sache, der du entkommen wolltest? Und wenn das Horn geblasen wird, dies ist die angedrohte Tat. Und jede Seele wird mit jemandem kommen, der sie antreibt und mit einem Zeugen. Was wird passieren? Die Trugenheit des Todes kommt, dass ich, ich bin dran, jetzt, heute, ich? Du hast doch gehört. Haji Mohammed ist gestorben. Haji Mohammed ist gestorben. Asi Yusuf ist gestorben. Und der ist gestorben. Und Fatima ist gestorben. Und meine Oma ist gestorben. Aber eines Tages wird das heißen, weißt du, wer gestorben ist? Der Ibrahim ist gestorben. Salahdin ist gestorben. Der ist gestorben. Der ist gestorben. Du hattest, du warst unachtsam dieser Sache gegenüber. Und heute haben wir die Hülle von deinen Augen weggenommen. Die Hülle ist weg. Wie, du bist wirklich dran. Und heute ist dein Blick scharf. Was ist los? Bin ich dran? Bin ich dran? Alhamdulillah. Alhamdulillah für einige Leute. Nur dies wird der Tag sein, an dem getrennt wird. Wo wirst du hingehen? Was wird in diesem Moment, was wird in diesem Moment passieren? Weil bevor ich über Ramadan rede, müssen wir erstmal wirklich verstehen, worum es in diesem Leben geht. Was wird in diesem Moment passieren? Achhi, wer ein gutes Leben geführt hat, was wird er sehen? Er wird Engel sehen, in einer Augenweite mit strahlenden Gesichtern. Mit strahlenden Gesichtern. Weißt du, was das bedeutet? Wie wirst du dich fühlen, wenn du die Engel mit strahlenden Gesichtern siehst? Das bedeutet, Alhamdulillah, du hast es gepackt. Keine. Nicht, nicht wie in der Schule. Vorbei. Du hast eine gute Arbeit geschrieben, ja, nächste Arbeit, nächste Arbeit. Aber hier, Handelillah, das ist das beste Zeichen. Aber was ist mit demjenigen, wo sich Engel in einer Augenweite niederlassen, mit finsteren Gesichtern? Was ist für den? Was wird der sagen? Und der Todesengel kommt und reißt seine Seele raus, wie so ein Draht, der durch diese Baumwolle geht. Was wird der sagen? Was ist dann? Das gibt es nicht mehr. In diesem Leben gibt es immer, ja, okay, ich bin verheiratet, schein gelassen, nächste Heirat, neue Frau. Arbeit verloren, nächste Arbeit. Schule rausgeschmissen worden, nächste Schule. Knast reingekommen, kommt man irgendwann wieder raus. In den meisten Fällen. Aber wenn nicht ganz so viel Skat spielen, hoffentlich nicht im Geld, ich meine nur, also nicht, dass jetzt jemand, der kann im Islam Skat spielen, ich meine nur als Beispiel. Gibt immer eine neue Chance. Gibt immer eine neue Chance, aber an dem Tag ist es vorbei. Dann wird der, was wird der Muslim sagen? Oh Allah, noch einmal, lass mich doch noch einmal auf diese Welt, einmal, lass mich doch noch einmal zurück. Ich werde alles anders machen. Was wird dir gesagt werden? Kezept, du hast gelogen. Hattest du nicht 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Jahre? La ila illallah, hattest du nicht 100 Jahre? Und jetzt musst du erzählen, wenn du zurückkehrst, musst du es anders machen. Wie oft sind die Leute zu dir gekommen? Wie oft hat man zu dir gesagt, bete? Wie oft hat man zu dir gesagt, setze dich für die Religion her? Wie oft hat man zu dir gesagt, faste? Wie oft hat man zu dir gesagt, mach keinen Sina? Wie oft, achi? Wie oft? Heute willst du sagen, noch einmal, du hattest tausend Möglichkeiten gehabt. Zehntausend Möglichkeiten gehabt. Heute sagst du noch einmal, achi, tretet in den Islam komplett ein. Nehme diese Botschaft komplett. Stehe komplett voll dahinter. Bruder, weil unser Problem ist, von vielen, achi, viele von uns, die hier sitzen, glaub es mir, Islam ist Angewohnheit geworden. Frag dich selber, rechne mit dir selber ab, bevor mit dir abgerechnet wird. Was machst du vom Islam, was gegen deine Gelüste ist? Frag dich selber. Frag dich selber. Ramadan gehst du zum Moschee, Alhamdulillah, da gibt es doch schön was zu essen, trifft man auch die Freunde, kann man reden. Haus, Allah sagt im Koran, wer mit Zinsen baut, Krieg mit Allah und seinem Gesandten. Hast du ein Haus gebaut mit Zinsen? Alhamdulillah, siehst du, das ist das Ergebnis. Wo stehst du voll hinter der Religion? Wie viel Euro hast du ausgegeben? Hast du ein Euro ausgegeben, damit dein Nachbar Muslim wird? Ach hier, ist was verkehrt. Deswegen, der Satan, der versucht uns zu täuschen. Der Satan versucht dir zu sagen, hey, du bist Muslim, MashaAllah, du schaffst das schon. Du packst das schon, Ach hier. Du bist schon auf der richtigen Seite. Guck mal, du betest, der da hinten, der betet gar nicht. Du fastest, der eine fastet gar nicht. Guck mal, der da hinten, der nimmt Drogen, der hat jede Woche eine andere Freundin und hier vorne auf der Straße, da am Probsthof, da hängt der immer rum. Ja, Ach hier. Da, du darfst dich diese Leute angucken. Warum? Weil der Satan, der wird noch im letzten Moment kommen und wird zu dir sagen, hey, bist du dir ganz sicher, dass der Islam der richtige Weg war? Bist du dir auch ganz sicher, Christentum ist richtig, Judentum ist richtig, wird er zu dir sagen. Nehme über die Jude, werde Christ. was hast du dann zu bringen von Kraft, um dem Satan zu widerstehen? Yuthebbitullahu lafina aman, bilkawli thabiti für Hayati dunya wal akhirat. Allah festigt diejenigen, die glauben, im Diesseits und im Jenseits. Was ist das feste Wort? Mit dem festen Wort fest? Das ist La ila illallah. Aber wenn du jetzt nicht voll dahinter stehst, wie willst du an diesem Tag voll dahinter stehen, wenn du kurz vom Verscheiden bist? Deswegen, das sollte sich jeder bewusst machen, weil viele Leute von uns leben in einer Illusion. Sie sagen, ich habe eine Moschee gebaut, Alhamdulillah, jetzt geht es weiter. Ich habe das und das gemacht, ich komme schon ins Paradies. Achhi, wenn wir uns vergleichen mit den Sahabern, Achhi, wenn wir uns vergleichen mit den Sahabern, Achhi, die haben Angst gehabt, in die Hölle zu kommen und die haben ihr ganzes Leben geopfert. Die haben gesagt, wenn ich, Subhanallah, wenn ich mit einem Fuß im Paradies stehe, ich bin sicher, bis der zweite auch im Paradies ist. Aber bei uns, wir sind alle schon im Paradies. Wir haben es alle schon gepackt. Alhamdulillah, ich bin Muslim. Mein Nachbar, der ist in der Spiegelhalle, trinkt Alkohol, schlägt seine Frau platt. Kein Problem, ich bin schon besser. Alhamdulillah, schau nicht auf diese Leute, schau erst mal auf dich selber. Weil, ich sage euch ganz ehrlich, wenn wir unsere Situation hier in Deutschland sehen, da muss man weinen, Achhi. Da muss man wirklich weinen. Und wenn ich dann sehe, wie leider viele Brüder in der Illusion leben, dass da so viel gemacht wird, was wird gemacht, Achhi? Was wird gemacht? Achhi, wir haben in ganz Deutschland keine einzige islamische Schule. 40 Jahre Muslim in Deutschland. Wenn du nach England gehst, überall. Wenn du in den USA gehst, überall islamische Schulen. Wenn du nach Kanada gehst. Wir haben in Deutschland, in Berlin haben wir mehr jüdische Kindergärten, als in ganz Deutschland islamische Kindergärten. Wie kommt das? Achhi. Das heißt, man braucht sich nicht einzubilden, es ist was passiert und man muss nicht sauer sein auf mich, man muss sauer sein auf sich selber. Aber Alhamdulillah, Alhamdulillah, die Zeit ist noch nicht vorbei, Achhi, du lebst noch. Ich sage das nicht, um dich fertig zu machen, ich sage dir das, um etwas an dir selber zu verändern. Warum? Weil der Tag wird kommen, Achhi. Der Tag wird kommen, wo die Hölle herangetragen wird. Fast bersten vor Wut. Und die wird voll werden. Am Tag, wo wir zu der Hölle sagen, bist du schon voll? Ich sage, gibt es noch mehr? Mehr, mehr, mehr. Deswegen, das sollte sich keiner, keiner sollte sich einreden. Es ist wirklich, er hat alles geschafft. Jetzt ist die Frage, wenn wir sagen, wir wollen ins Paradies kommen und wir wollen 100% hinter unserer Religion stehen und wir sehen das Ergebnis draußen. Subhanallah, vor ein paar Tagen hat mich jemand angerufen, ein alter Freund, mit dem ich zusammen geboxt habe früher, in Berlin. Nach acht Jahren ruft er mich an. Der hat irgendwie meine Nummer rausbekommen, also über die Internetseite, der hat bei YouTube irgendwie was eingegeben. Da ist er auf die Internetseite gekommen, hat mich angerufen. Wisst ihr, was der mir erzählt hat? Der ist kein Muslim. Der hat gesagt, ja, für mich ist das alles so, so unglaubwürdig, wenn ich sehe, ja, dass der Typ, mit dem ich gestern noch, oder mit dem ich nicht, der schlimmer ist als ich, der jede Woche eine andere Freundin hat, ich habe eine Frau, mit der bin ich seit Jahren verheirat, der ist schlimmer als ich, der hat immer eine andere Freundin, schlägt seine Freundin auf der Tanzfläche und, 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 und lässt volles Programm auf gut Deutsch die Sau raus und erzählt mir auf einmal, ey, du bist voll der Ungläubige und du, dies und das. Was ist das? Das ist doch unglaubwürdig, was will der mir erzählen? Und das ist unser Ergebnis. Erzähl mal, erzähl mal draußen einem, erzähl mal draußen einem, äh, erzähl mal draußen einem, ja, wir Muslime, wir sind die, die ins Paradies kommen. Was? Ach, ich bin gerade, ich bin gerade an der Tankstelle, gerade im Moment, ich bin gerade an der Tankstelle, da geht hier eine Frau lang, ja, und vor mir im Auto sitzen, ich denke, das waren welche aus einem bestimmten islamischen Land, ist egal, ja, wollen wir jetzt nicht nennen, ja, und hier geht die Frau und ich gucke in das Auto. Oh, so sitzt er da, ja, genau, Entschuldigung, aber so sitzt er im Auto und ist sich bald den Hals am Verrenken. Ey, pervers, pervers, also so hast du noch nie einem deutschen eine Frau hinterhergucken sehen. Alle drei. Ey, was ist das für ein Verhalten, achi? Was ist das? Ist das Islam, achi? Ist das Islam? Geh mal irgendwo raus. Ich frage dich ganz ehrlich, achi, Party, wir haben nichts damit zu tun, hamdallah, aber wo, mit wem kriegst du Schlägerei? Achi, wer macht Theater dort? Die Muslime. Achi, deswegen hier, das heißt, das was du, wenn der Islam dich nicht verbessert, von deinem Verhalten her, dann brauchst du dir gar nicht einzubinden, dass dein Gebet angenommen wurde. Glaub es mir. Inna salata, tanna anil fahsha'i wal munkah. Das Gebet hält von den Schändlichkeiten und Abscheulichkeiten ab. Das heißt, was bringt uns zu diesen schlechten Taten? Das Herz ist verdreckt. Das Herz ist verschmutzt. Das Herz ist am Ende. Warum? Zu viele schlechte Taten. Rana l'okologi mekern yak si bon. Das, was sie getan haben, hat sich mit Schmutz auf ihre Herzen herabgelassen. Jetzt ist die Frage, jetzt haben wir so viel geredet und gesagt, wie sie sich den Hals verrenken und hin und her. Ja, wir haben so viel geredet. Jetzt ist die Frage, weil ich höre viele, die erzählen von den Problemen der Muslime. Ja, die Atombombe in Kaschmir und die Atombombe in Indien und die Atombombe in Pakistan. Ja? Wir müssen über Dinge reden, die wir selber ändern können. Jetzt ist die Frage, was ist die Lösung? Was ist die Lösung? Du beobachtest dich selber im Spiegel. Freundin, Spielhalle, Alkohol, Discofreak, das komplette Programm. Okay. Und ich frage dich, glaubst du an Allah? Glaubst du an den Propheten Mohammed? Es schadet an Mohammed Rasulullah. Ist Islam die Wahrheit? Ja. Glaubst du das, wenn du so lebst, in die Hölle kommst? Ich glaube, Allah wird mir verzeihen. Alhamdulillah. Achhi. Achhi, okay, Allah vergibt alle Sünden. Allah vergibt alle Sünden. Aber, außer Schirk, natürlich, wenn man mit Schirk stirbt, der wird in die Hölle gehen für alle Ewigkeit und Kuffer und Fahre. Aber jetzt, jetzt ist die Frage, jetzt ist die Frage, okay, was ich damit sagen will ist, du siehst das ein, dass du Fehler machst. Du siehst das ein, dass, das was du machst, dass dem, was der Islam, dass das dem, was der Islam lehrt, 165% widerspricht. Das heißt, das ist ein Widerspruch. Aber, was ist jetzt das Problem? Was ist das Problem? Was hindert dich daran, das zu tun, was richtig ist? Das ist die Frage. Weil es nützt nichts, wenn wir nur meckern. Es nützt jetzt darüber zu reden, wie kannst du dich verbessern? Und dazu müssen wir erstmal eine Sache ganz deutlich verstehen. Und ich hoffe, dass jeder, jeder genau zuhört. Wir müssen die Natur der Sünde richtig verstehen. Weil viele von uns denken, die Sünde wäre etwas, was geschrieben wird und dann gehst du mit 95 auf die Hatsch und dann werden die Sünden gelöscht. Achhi, wenn du diese Einstellung hast, wenn du diese Einstellung hast, dann wirst du es nicht schaffen, auf die Hatsch zu fahren. Stimmt, die Hatsch löscht alle Sünden. Wie angenommen. Aber wenn du so lebst, wirst du dich vergiften. Wirst du dein Herz vergiften. Denn jede Sünde wirkt auf dein Inneres, auf deine Seele, auf dein Herz, wie Gift. Und wenn du so machst, schau dir die Leute an. Schau dir die Leute an. Viele Leute habe ich gesehen, glaub es mir in Mekka, die denken, sie kommen mit 65 zur Hatsch und die Hatsch wird angenommen und dann Alhamdulillah wird alles gelöscht. Die kommen an. Du siehst die Yomel Arafah, siehst die da. Yomel Arafah, wo die Engel herabkommen, wo die Engel um die Menschen herum sind, wo der beste Tag ist, wo Allah herabkommt und sagt hier, meine Diener sind zu mir gekommen mit Staub und die Haare durcheinander und gebe ihnen die Botschaft, dass ich ihnen vergeben habe. An diesem Tag sitzen die Leute dort, wo du sitzen sollst, wo du sitzen sollst, wo du stehen sollst und bitten sollst und die Bitte angenommen wird und Allah nah ist. An diesem Tag sitzen die Leute dort und sind am Sprechen. Ja, weißt du, reden wir ein bisschen zu Hause, wenn wir wieder zu Hause sind, da können wir jedem erzählen, wir waren auf der Hatsch gewesen, mach ich, Allah, müssen wir noch ein paar Fotos, ich muss noch das und das kaufen und das und das kaufen. Manche Leute, die fahren zur Hatsch. Ach, die fahren zur Hatsch, glaub es mir, die haben die ganze Hatsch nichts anderes zu tun, als ihren Einkaufszettel abzukaufen. Ich muss das für den kaufen und das für den und der braucht noch ein Geschenk und der braucht noch ein Geschenk und da müssen wir noch ein Foto machen, zusammen mit meiner Frau, damit auch jeder weiß, wir waren auf der Hatsch. Mashallah. Normalerweise sollte man die Taten geheim machen. Das zeigt, Achhi, Allah hat dir gar nicht den Erfolg gegeben, weil deine Einstellung schon falsch war. Subhanallah, ein Gelehrter, ein Gelehrter des Islam, Shankriti heißt er, mit seinem Sohn. waren die bei Arafa gewesen und der Sohn, der wollte ihnen einige Fick-Fragen stellen. Fick bedeutet, wie man fastet, wie man betet und so weiter. Er wollte ihnen einige Fragen stellen und was sagte der Vater zu ihm? Jetzt im Gegensatz zu den Leuten, die da sitzen und am Qualmen sind, am Labern sind. Er meinte zu ihm, mein Sohn, heute ist nicht der Tag, um Fragen zu stellen. Und er sagt, der Sohn sagt, und in diesem Moment kamen die Tränen so von ihm runtergeflossen, wie ein Wasserfall und nur noch am Weinen für seine Sünde. Das sind die Leute, die es verstanden haben, aber so, du musst gar nicht denken, dass deine Sache akzeptiert wird, wenn du jetzt immer weiter machst. Natürlich, wenn man wirklich, und das ist vielleicht gerade das Gefährliche, das Gefährliche ist vielleicht gerade, dass man denkt, ja, ich bin ein guter Muslim und ich gehe doch in die Moschee und gehe zu Yomu Jumu und bete, aber im Endeffekt ist das noch gefährlicher als derjenige, der wirklich auf dem falschen Weg ist und mit richtiger, reiner Absicht richtig zurückkehrt. Weil, Brüder, wir müssen auch gucken, dass unsere Taten nur für Allah subhanahu wa ta'ala sind. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasif qawli wal-amal. Jetzt, wie kannst du dich jetzt reinigen? Die Sünde ist also etwas, was deinen Körper beeinflusst, was dein Herz beeinflusst. Das ist, was Allah sagt, der Rana ala kolubi mekenu yak sibun. Das, was sie getan haben, hat sich wie Schmutz auf ihren Herzen festgesetzt. Und viele Jugendliche sagen heute, ja, ich fange an, wenn ich 40 bin. Erste Frage, wer hat dir garantiert, dass du 40 Jahre alt wirst? Wer? Vor einem Monat, vor zwei Monaten ist noch ein 19-Jähriger gestorben, beim Autounfall. Wer hat jetzt gesagt, wir können alle heute sterben? Wer hat jetzt gesagt, das ist die erste Sache? Das heißt, was ist, wenn du das Ziel nicht erreichst? Dann zweite Sache, ist es nicht so, dass du Allah über alles lieben sollst? Von den Menschen gibt es welche, die sich neben Allah Rivalen nehmen und diese so lieben, wie man Allah lieben soll. Und was sagt Allah dann über die Gläubigen? Wer sind die Gläubigen? Wir sind doch die Gläubigen, oder? Und diejenigen, die glauben, die sind heftiger in ihrer Liebe zu Allah. Das heißt, wenn du Allah liebst, dann liebst du seine Religion. Also wie kannst du es nicht lieben und diesen Gesunden muss nicht spüren, dass du sagst, ich bete. Und dass du froh darüber bist, dass du keine Freunden hast. Dass du froh darüber bist, dass du ein religiöses Leben führst. Alhamdulillah, du machst schlechte Sachen, weil du denkst, ach ja, die Leute beobachten dich, die finden das cool. Momo, weil er nennt sich dann Momo, er nennt sich dann im Kreis nicht Mohammed, er nennt sich dann Momo. Momo hat wieder 30 Telefonnummern klar gemacht. Subhanallah, achi, du willst den Lob von den Leuten haben? Denke daran, achi, wenn du etwas Gutes verlattest, dass Allah dich lobt bei seinen Engeln. Alhamdulillah, so müssen wir denken. So müssen wir denken. Und die nächste Sache ist, was man wissen muss, das waren jetzt die zwei Punkte mit den Sünden. Und die dritte Sache ist, dass jede Sünde, wie gesagt, dein Herz verschmutzt und es dir immer schwerer fällt, die guten Taten zu machen. Und die vierte Sache ist, dass derjenige, der in dem Meer der Sünden schwimmt, ist wie jemand, du stehst am Meer und du hast einen Freund, der schwimmt in das Meer rein. Und der ist schon 10 Minuten geschwungen und du rufst ihn, hey, komm zurück. Und er sagt zu dir, warte, ich schwimme noch weiter eine halbe Stunde rein, dann schwimme ich zurück. Umso weiter er reinschwimmt, umso schwerer wird es, zurückzukommen. Umso weiter er reinschwimmt, umso gefährlicher ist es, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass er nie mehr zurückkommt und dass er ertrinkt in diesem Meer. Und so ertrinkt derjenige den Meer der Sünden. Wie viele Leute haben wir gesehen? Wie viele Leute haben wir gesehen, die erzählen, ja, ich fange mit 40 an. Wo sind sie heute? Es geht, stimmt, einige Leute sind zurückgekehrt, aber die breite Masse, wo ist die breite Masse? Die breite Masse, wie sind die gestorben? Muslime? Beten nicht, machen nichts, subhanallah. Und dann der Autounfall. Ja, Mohammed, ja, Mohammed, sag, la ila illallah. Was sagt der? Wo ist meine Freundin? Musik, fängt an zu singen. Der fängt an zu singen, nachher. Subhanallah, das ist deine Shahada? Ja, Bruder, wir lachen jetzt. Aber was ist, wenn es heute so weit ist? Was musst du dann sagen? Was musst du dann sagen, wenn du im Tod liegst, und der Schaitan kommt zu dir und sagt, hey, vergiss das. Ist alles nur Einbildung. Gib kein Leben nach dem Tod. Oder er sagt zu dir, werde Christ. Oder der Schaitan sagt zu dir, werde Jude. Oder er sagt zu dir, komm, vergiss das. Im Islam, darf der Mann vier Frauen heiraten. Warum ist das so? Gib den Glauben auf. Stell dir vor, bist du dann standhaft, wenn du jetzt so lebst? Achhi, niemals. 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 Deswegen, musst du jetzt eine Möglichkeit finden, dich von diesen Sünden fernzuhalten. Diesen Weg zu gehen. Zurück zu schwimmen an das Land. Wie machst du das? Allah sagt im Koran, ganz klar, sagt im Koran, diese Einleitung muss sein, damit man das richtig versteht, worum es geht. Die Einleitung ist länger als der Hauptteil hier. Erste Sache, Allah sagt im Koran, über die Seele, bei dem, der die Seele gemacht hat, und dann sagt er, die Seele, derjenige, der sie reinhält, der wird erfolgreich sein. Und derjenige, der sie verkommen lässt, der wird scheitern. Das heißt, du musst sie reinigen. Und jetzt hat Gott in seiner Gnade, der Allmisch Gott Allah, hat dir eine Möglichkeit gegeben, und die steht vor der Tür. Und glaub es mir, wenn du das jetzt tust, was ich dir sage, ja, dann wirst du aus diesem Ramadan rausgehen, du hast jetzt eine Freundin, ja, du hast jetzt eine Freundin, du wirst rauskommen, wirst sagen, ich will die nicht mehr. Ich will die nicht mehr. Du gehst jetzt in ein Spielcasino, du wirst rauskommen, aus dem Ramadan, du wirst sagen, ich will kein Spielcasino mehr. Du machst jetzt schlechte Taten, du wirst sagen, ich will nur noch das Angesicht Allah, subhanahu wa ta'ala, am jüngsten Tag. Wenn du das praktizierst, warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat den Ramadan nicht gemacht, damit wir Hunger und Durst haben, sondern hat den gemacht, damit du dich erziehst. Er hat diesen Ramadan für uns bestimmt, damit wir auf den richtigen Weg kommen. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Oh, ihr, die ihr glaubt. Glaubst du? Dann höre genau zu. Ist für dich. Das Fasten ist euch vorgeschrieben, so wie es denen vor euch vorgeschrieben war. Damit du schon mal weißt, vorher, die haben auch gefastet. Isa alaihi salam hat auch gefastet. Musa alaihi salam hat auch gefastet. Warum? La'ala kum tattaqun. Vielleicht werdet ihr gottesfürchtig sein. Das zeigt, dass Fasten im Ramadan führt zu Gottesfurcht. Das heißt, du gehst rein wie? Mit Iman. Ja'ayu wa ladinu amal. Und wie kommst du raus? Mit Taqwa. Und wenn du Taqwa hast, du hast jetzt Probleme? Du hast jetzt Probleme? Subhanallah. Mein Auto, mein Haus, meine Familie, mein dies, mein das, mein das, mein dies. Achhi, ich gebe dir eine Lösung. Du kennst diese Hochzeiten immer. Bei den Hochzeiten wird immer gesagt, einer spendet und dann machen die alle für den Dua. Da muss man drauf hören. Die spenden Geld und steht da vorne einer, oh, und Ahmed so und so hat 50 Euro gespendet und er wünscht sich Dua für euch. Hör mal, was die Leute sich wünschen. Du hörst immer, Gesundheit wünscht er sich, Haus, dies, Probleme, Arbeit, fast immer Gesundheit. Ich sage nicht, man kann keine Dua für Gesundheit machen, aber ich habe noch nie gehört, ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, mach Dua für mich, dass Allah mich zu den Muttaqin macht. Habe ich noch nie gehört. Achim, weißt du, was das ist? Das ist ein Armutszeugnis. Ich habe noch nie gehört, dass jemand sagt, mach Dua, dass ich ins Paradies gehe. Der sagt Gesundheit. Was nützt dir Gesundheit, wenn du in die Hölle gehst? Mein Haus, meine Oma, mein dies, mein das, denk mal an dich selber. Denk mal an dich selber, Achim. Was hast du gemacht? Wem hast du hier in diesem Land gewarnt? Subhanallah. Der sagt, warum sagt er nicht Muttaqin? Warum sagt er nicht, oh Allah, mach mich zu den Muttaqin. Der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, hat so eine Dua gemacht. Wer sind wir? Allah, gib meiner Seele Taqwa, Frau Bikait, und reinige sie. Subhanallah, Achim. Warum macht das keiner? Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran? Wenn du Taqwa hast, was sagt er über die, die Taqwa haben? Du hast Probleme? Wünsch dir Taqwa, hast du keine Probleme mehr. Weil dann wirst du mit allen Problemen klar. Was ist der Beweis dafür? Was ist der Beweis dafür? Und wer Allah fürchtet, dem schafft er einen Ausweg und den versorgt er, von wo er es nicht gedacht hätte. Das heißt, wenn du wirklich, wenn du wirklich Taqwa hast, wenn du wirklich gottesfürchtig bist, du hast keine Probleme mit deinem Geld, mit deiner Arbeit, mit deinem Haus, mit deiner Gesundheit. Weil deine Krankheit wird dir nur zu was führen? Wird nur dazu führen, dass deine Sünden abgezogen werden. Und jetzt kommt die Möglichkeit. Faste nicht, damit du dich fühlst wie die armen Menschen. Das ist auch eine Weisheit. Nicht, weil dein Opa gefastet hat oder deine Oma, sondern damit du gottesfürchtig wirst. Wie machst du das? Wie machst du das? Stell dich an erstes, stell dich an erstes, mache dir eine Liste. Oder die kannst du auch in deinem Kopf machen, in deinem Herzen. Was sind deine Fehler? Was sind deine Probleme? Du betest nicht, du hast eine Freundin, du gehst in die Spielehalle, je nachdem. Und sage dir, oh Allah, dieser Monat, ich will mich reinigen. Ich will mich reinigen von jedem Dreck. Von jedem Dreck, der meine Seele angegriffen hat, der mein Herz angegriffen hat. und dann gehst du in diesen Ramadan rein. Und du musst dir wünschen, von dem Weg wegzugehen. Und du gehst rein und du fängst an zu fasten und du sagst, in diesem Monat mache ich keine einzige Sünde. Und wenn du eine Sünde machst, komm wieder zurück, versuch weiterzumachen. Keine Freude, Nummer wird gelöscht. Ramadan, hier, kein Anruf, kein nichts. Glaub mir, nach dem Ramadan, entweder die ist Muslimin geworden, wenn du ein für sie gemacht hast, kannst du sie heiraten. Oder die ist weg und du hast was Besseres gefunden. Also nicht unbedingt im Ramadan, aber trotzdem. Wenn du nicht betest, wenn du nicht betest, ach, das ist die größte Katastrophe. Manche Leute sagen, ja, ich bete nicht, weil aufzuhören zu beten ist schlimmer, als gar nicht zu beten. Wer hat das erzählt? Hat der Satan das erzählt? Wo steht das? Gib mir einen Hadith, gib mir eine Aussage vom Propheten, wo steht, zu beten und aufzuhören ist schlimmer, als gar nicht zu beten. Wo steht das? Außerdem, Bruder, du fängst nicht an zu beten, um aufzuhören, sondern du fängst an zu beten, um weiterzumachen. Und außerdem, wenn du jetzt anfängst zu beten und sagst, okay, ich fange heute an zu beten, was ist vielleicht, bist du morgen tot? Alhamdulillah, du hast gerade angefangen zu beten, Allah akzeptiert deine Toba vielleicht. Also was kommt, welcher Satan kommt und sagt, ja, warte. Oder der nächste Satan, der sagt zu dir, ja, fang nicht an zu beten, weil wenn du schlechte Taten machst und du betest, das ist schlimm. Ach, die schlechte Tat ist sowieso. Du trinkst, du hast eine Freundin, dann darfst du nicht beten. Wo steht das? Hadith. Gib mir den Hadith. Wer hat das gesagt? Wo hat der Prophet das gesagt? Den Hadith gibt es, ja, wisst ihr, vom Satan ist dieser Hadith. Und der ist unter den Menschen, der ist leider unter uns verbreitet. Deswegen beten so viel, ein großer Prozentsatz der Jugendlichen nicht. Weil die sagen, ich mache schlechte Taten, dann kann ich nicht beten. deswegen, deswegen beten die nicht. Ach, ich sage dir eine Sache, was ist schlimmer, Alkohol zu trinken und eine Freundin zu haben oder nur eine Freundin zu haben und kein Alkohol zu trinken, was ist schlimmer? Antwort. Beides ist schlimm, ich meine, was ist schlimmer, Alkohol zu trinken und eine Freundin zu haben oder machen wir es anders, damit es leichter wird. Alkohol zu trinken und Kokain ziehen oder nur Alkohol zu trinken und nicht Kokain ziehen. Was ist schlimmer? Was schlimmer ist, nicht was Schlimmes. Alkohol und Kokain ist schlimmer als nur Alkohol, ja? Ja. Okay, ist eine andere Meinung. Okay, wir sind einstimmig dieser Meinung. Okay, nicht zu beten ist schlimmer als Alkohol, Kokain und Haschisch. Alles zusammen. Nicht beten ist eine größere Sünde als Alkohol, Kokain. Kannst du lieber jeden Tag voll besoffen sein. Ach, nicht beten, weiß das Allah, das ist der Unterschied von Isma, Ilman und Kuffer. Der erste Grund, was diejenigen sagen, die nicht in die Hölle gehen, die werden gefragt, an den Mujrimien, sie fragen sich, im Paradies fragen sich über die Mujrimien, über die Übeltäter. Was hat euch in die Hölle stürzen lassen? Das ist die erste Antwort, wir haben nicht an Allah geglaubt, wir haben Kokain gezogen, wir haben Alkohol, nein, die erste Antwort ist, wir gehört nicht zu den Betenden. Das ist die erste Antwort. Was sagt der Prophet, s.a.w. Die Abmachung zwischen mir und ihnen ist das Gebet, wer es verlässt, der wird ungläubig. Was sagt der Prophet, s.a.w. Zwischen dem Mann und zwischen dem Schirk und dem Kuffer, die Sünde für Ewig und die Hölle bringen, steht die Unterlastung des Gebets. Was sagt Abu Dada, einer der großen Gefährten des Propheten? Was sagt Ibn Mas'ud, radiallahu anh'a, einer der großen Gefährten des Propheten, men tarakas salata faladina leh, wer das Gebet verlässt, hat keine Religion. Was sagt Allah, s.a.w. im Koran, über die Muslikun, über die Götzendiener, faintabu, wa akamu salata, wa atu sakata, faikhwanu kumfidina, wenn sie Toba machen, Reue, und das Gebet verrüsten, und die Sakar geben, dann, dann, dann sind sie Brüder im Glauben. Das heißt, welcher Schlauberger hat erzählt, es ist schlimmer zu beten, eine schlechte Tat zu machen, als Dings. Wenn du Heuschler bist, okay, ist noch schlimmer, aber diese Sünde ist eine Sünde, wo die Meinungsverschiedenheit ist, zwischen den Gelehrten, ob du in die Hölle gehst, und rauskommst, oder ob du in die Hölle gehst, und nie mehr rauskommst. Für Ewigkeit. Das heißt, wenn du nicht betest, dann fang in diesem Ramadan an, Achi. Fang in diesem Ramadan an, Achi, zu beten. Nicht einmal am Tag, nicht zweimal am Tag, fünfmal am Tag. Solltest du es vergessen haben, weil du noch zu schwach bist, dann bete wieder nach. Wenn du es vergessen hast. Nicht, dass du sagst, bete ich abends, bete ich einmal in der Woche, alle Gebete zusammen, 35 Gebete, ja. Nein. In diesem Moment, weil es kann sein, du vergisst was, aber mach, 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 mach. Erster Schritt, beten. Alle Sünden verlassen. Versuche den Staub der Sünde nicht zu berühren, in diesem Ramadan. Wenn du so reingehst, und dann, was hast du im Ramadan für eine Chance? Dieser Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, das große Missverständnis, was viele Leute haben, da diesen Spruch hört man oft, dass subhanallah, als ich den ersten Ramadan mitgemacht habe, also als ich das erste Mal gefastet habe und so und Ramadan erlebt habe als Muslim, kam jemand zu mir, das ist ein bestimmtes Islamisch, und der meinte zu mir, machst du auch Ramadan? Ich meinte zu ihm, wenn ich kein Ramadan mitmachen würde, also wenn ich nicht fasten würde, da würde ich mich nicht Muslim nennen. Guck mal, das ist so ganz selbstverständlich, jemand sagt, der ist Muslim, ja ich faste nicht, ich bete nicht, ich mache gar nichts, Freund hin, ach ja, kann man alles loslegen, guck mal, guck mal, wo wir gelandet sind, Achim, la ilai lallah. So, was ist an diesem Aussage falsch, machst du Ramadan? Wie machst du Ramadan? Das heißt, fastest du im Ramadan, machst du Ramadan, Ramadan ist ein Monat, du sagst, ich mache es, Dezember, oder machst du Januar? Ramadan ist ein heiliger Monat, und wie wird dieser Monat verbracht? Dieser Monat, Allah vermehrt, die guten Taten, und Allah vermehrt, die Sünden. Das kann sein, du gehst in Ramadan, kommst mit mehr Sünden raus, als vorher. Aber dieses Fasten, und was machst du tagsüber? Tagsüber fastest du, von kurz vor Sonnenaufgang, bis Sonnenuntergang. Warum? Weil Allah dies befiehlt. Und wenn du dies machst, wenn du diesen Ramadan gehst, du reinigst dich. Was sagt der Prophet? Der Prophet, Wer den Ramadan fastet, mit dem Glauben, und in der festen Erwartung, das heißt, diesen Lohn zu bekommen, dem wird Allah die Sünden verzeihen, die vorher gekommen sind. Dann, was machst du abends? Weil manche Leute, die denken wirklich, tagsüber, ne, Fasten, abends kannst du machen, was du willst. Weil die sagen, machst du Ramadan, also ich denke, Ramadan wäre Fasten. Nein, Ramadan ist ein Monat. 29, beziehungsweise 30 Tage, mal 24 Stunden. Nicht 7, 8 Stunden, tagsüber, und nachts dann in die Disco gehen, und den Bär machen. Was ist abends? Was ist abends? Abends gehst du zum Taroui-Gebet. Und du gehst jeden Tag zum Gebet. Und wächst dich vor dem Gebet, gehst zu dem Gebet. Und du gehst in die Moschee, nicht weil du dann mit Leuten labern kannst, sondern du gehst dahin, weil du sagst, Allah, ich will, dass du mich von allen Sünden reinigst. Und Allah, ich will, dass du mich recht leidest. Was sagen wir in jedem Gebet? Ach, ich 17 Mal am Tag, in jedem Raka, sagen wir, Führe uns den geraden Weg. Warum sagt der Prophet, es gibt kein Gebet für den, der die Fatiha nicht schließt. Warum sagt der Prophet das? Warum hat Allah nicht die Suche bestimmt? Kulhu Allah hat. Die ein Drittel vom Koran in ihrer Bedeutung hat. Warum müssen wir die nicht in jedem Raka lesen? Wir müssen die Fatiha lesen. Warum? Weil die Rechtleitung brauchst du von Allah. Deswegen in dieser Surah betest du Allah um Rechtleitung. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Heiligen Hadith? Ya Ibadih, Oh meine Diener, Kullukum dalun. Ihr seid alle, ihr seid alle irregehend. Alle. Kullukum. Ihr seid alle irregehend. Was heißt irregehend? Alle in der Hölle. Alle in der Hölle. Illa man hadaytu. Außer der, den ich Recht leite. Außer der, den ich Recht leite. Ach so, ja okay. Hoffentlich leitet Allah mich Recht. Nein. Wie kannst du das, was führt dazu, dass Allah dich Recht leitet? Was sagt Allah? Was ist die Lösung, dass du der Hölle entkommst? Allah sagt, fasdahdun ya'dikum. So bittet mich um Rechtleitung, ich werde euch Recht leiten. Deswegen im Ramadan, die Nächte sind gesegnet. Du stehst in der Nacht, zwölf, elf Rakats, von mir zwanzig Rakats, ja. Stehst in der Nacht, du bittest Allah, wenn du im Sujud bist, wenn du in der Nacht aufstehst, vor Suhur, du bittest Allah, oh Allah, Allah kommt zum untersten Himmel und sagt, wer bittet mich, dass ich ihm gebe, wer bittet mich um Vergebung, dass ich ihm verbegebe. Und in dieser Nacht ist es noch wahrscheinlicher. Alhamdulillah, und du machst diese Sachen und Allah subhanahu wa ta'ala wird dir vergeben. Und du wirst als ein neugeborener Mensch rauskommen. Und du wirst mit Taqwa rauskommen. Mit Gottesfurcht. Und du sagst zu Allah subhanahu wa ta'ala, leite mich Recht. Leite mich Recht. Weil ansonsten, wer will dich sonst Recht leiten? Erste Sache, Fasten. Zweite Sache, die Gebete in der Nacht. Dann, was sehr wichtig ist, woran man denken muss ist, dann wie gesagt, die ganzen Sünden verlassen, sich vorher merken, was man an Sünden macht und diese Dua praktizieren. Dann, was ich noch empfehlen kann, ist Antikaf. Die letzten 10 Tage, dass man in der Moschee bleibt, in der Moschee übernachtet und sich nur mit Zikr beschäftigt, nur an Allah denkt. Weil das ist das Trainingslager. Wenn jemand zum Beispiel, ein olympischer Sportler, der geht zu einem Ereignis, der geht zum Beispiel, es gibt olympische Spiele, der fährt vor in ein Trainingslager. In diesem Trainingslager trainiert er unter erschwerten Bedingungen. Dadurch ist nachher, bei leichteren Bedingungen, ist es viel leichter für ihn. Im Ramadan werden die großen Satane gefesselt. Deswegen ist dein Hauptfeind, deine Nefs. Und es müsste leichter sein, für dich gute Taten zu machen. Deswegen im Ramadan trainiere. Weil wenn du es im Ramadan schaffst, weil wenn du es im Ramadan schaffst, wenn du es im Ramadan schaffst, nicht zu gucken, du sagst, ich will, dass meine Fasten angenommen werden.